Turngemeinschaften. Der Turnsport war an sich sehr, sehr verbrannt und aufgrund dessen, weil der Turnverband einfach schon gab, hat man Faustball einfach mit eingegliedert. So würde ich mal vermuten wollen. Wir werden uns dabei informieren und beim nächsten Spiel des ESV, wenn wir uns dabei werden, werden wir das sicherlich wissen. Oh, Ulrike Schubert mit dem Punkt, mit dem 2 zu 4. Und Schneewerdingen ist hier auf dem besten Wege, eine 2-0-Führung mit 2 zu 3 abzugeben. Wenn ich mir die Trikots angucke, sie haben definitiv für Fußball geguckt gestern. Auch da gab es ja zweimal das 2-0-2-3-Prinzip. Und die Gefahr läuft, Schneewerdingen jetzt hier auch. Und da das ja gestern zweimal passierte, warum nicht heute auch? Richtig, das wäre natürlich auch für uns ein Vorteil. Wenn sie ein bisschen dieses Spiel verlieren, können wir ja nur Vorteile rausziehen. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt fertig ist? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber Berlin wäre jetzt fertig. Fährt man dann direkt nach Hause oder schaut man sich das letzte Spiel noch an? Leider kann man nicht nach Hause, was heißt leider kann man nicht nach Hause fahren. Aber aufgrund der Anreise wäre es natürlich gut, wenn man schon fahren könnte. Aber dadurch, dass wir drei Mannschaften sind, muss das letzte Spiel von der Mannschaft ja geschieht, beziehungsweise das Liniengericht gemacht werden, die nicht spielen. Richtig. Jetzt wurde es klar, man sieht es auch in den Ecken jetzt Maren Ludwig und Christine Mast, die jetzt für Schwerin an der Ecke stehen und den Schiedsrichter unterstützen. Und jetzt Seitenwechsel beim Stand von 6 zu 2 für Berlin. Ja, aber man hat auch den Eindruck, dass Schneeberdingen das eigentlich auch irgendwie egal sind. Die haben jetzt ein bisschen Spaß, wir machen jetzt ein bisschen Sport, aber ergebnisorientiert spielen sie nicht mehr. Nö, aber es wäre natürlich schön, wenn sie gewinnen, für sie selber. Aber den Klassenerhalt haben sie ja sicher. Und die ersten beiden sind, glaube ich, auch schon fest. Also das ist... Ja, die ersten beiden fahnd dann zur Deutschen Meisterschaft und dann gegen die ersten beiden aus der Südstapel ist dann quasi ein Turnier, findet dann statt. Genau, ein Turnier. Ja. Und wo ist das? Ja, das weiß man denn nicht. Dann hast du nicht ausgespielt, jetzt das 6 zu 3. Und Rieke Schubert jetzt mit der Angabe für Berlin. Ja, da werden wir gleich sicherlich nochmal nachhaken, dass wir das nachreichen können. Das interessiert uns ja dann doch. Und jetzt im Stand von 7 zu 3, Angabe durch Laura Morowke. Und 7 zu 4. Und jetzt holen wir uns noch einen Schiedsrichter dazu, der uns vielleicht auch im... Oh, Entschuldigung. Ein bisschen über die Regeln aufklären wird. Erstmal in der Arme erstmal. Mein Name ist Pasch Jörg, Landesschiedsrichterwart aus MV. Landesschiedsrichterwart, das hört sich sehr wichtig an. Was hat ein Landesschiedsrichterwart zu tun? Der Landesschiedsrichterwart. Erstmal versucht er eben halt, den Schiedsrichternachwuchs zu werben, auszubilden. Und unterm Strich eben halt, wenn sie dann ausgebildet sind, sie weiterhin zu fördern, am Spielfeldrand dazu zu motivieren, das Spiel so zu leiten, wie es eben halt den Spielregeln entsprechend ist. Wir haben jetzt gehört, dass Faustball an sich große Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs hat. Wie wird man dann auch noch Faustball-Schiedsrichter? Tja, wie wird man Faustball-Schiedsrichter? Tja, ich würde mal ganz höflich sagen, ich wurde ein bisschen da reingeschubst, weil ich eben halt auch so eine Person bin, die eben sehr gerne darauf achtet, dass die Regeln als solches Spielregelwerk eingehalten wird. Und dort hat man mich eben halt mal gefragt. Ich habe gesagt, okay, ich nehme das auf mich, ich setze mich auf die Schulbank, lerne die Spielregeln, gehe zum Lehrgang und lege dort dementsprechende Prüfung ab. Diese habe ich eben halt auch in meinem Bereich so gemacht. Ich habe unten angefangen mit dem C-Schiedsrichter, also den kleinsten Schiedsrichter, dann fortführend über den B-Schiedsrichter, über die Regionalmeisterschaften pfeifen dürfend. Und eben halt dann in meinem letzten Lehrgang derzeit ist der A-Schiedsrichter, der im Endeffekt die Bundesliga-Spiel pfeifen darf. Und hat man gefragt, naja, gut, du kannst das soweit, wie sieht es aus, machst du dann auch die Ausbildung dazu? Okay, habe ich gesagt, setze ich mich wieder auf die Schulbank und habe eben halt auch den Prüflehrgang gemacht, so dass ich eben halt Schiedsrichternachwuchs dementsprechend darf, denen das Regelwerk, die Regelwerkkunde beibringen, so dass sie im Endeffekt auch regelkundig und sattelfest in der Richtung werden, dass sie wissen, aha, das steht da in diesem Heft drin, so muss es gespielt werden, so muss es im Endeffekt auch angewendet werden. Es gibt auch hierbei, sage ich mal, bestimmte Punkte, Regelwerk ist eben halt das, was da drin steht, das muss so gemacht werden und dann eben halt diese sogenannten Situationsentscheidungen, die sogenannten Tatsachenentscheidungen und das ist immer so dieses bestimmte Maß, Fingerspitzengefühl, war sie nur dran, war da an der Leine, ist der Ball nur aus gewesen, das muss man auch mal sehen, dass man dort das Fingerspitzengefühl sagt, hat man es nicht gesehen. Bei der ersten Bundesliga-Männer ist es eben halt auch viel, dass dort mit Block gearbeitet wird, das heißt, eine Mannschaft spielt den Ball vor an die Leine, die die abwehrende Mannschaft ist, stellt dort vorne jemanden an die Leine ran, der den Angriff abwehren darf, würde jetzt zum Beispiel die Situation sein, jetzt hätte der Gegner eingreifen können und dem Gegner, den Angreifenden eben halt den Ball vor der Nase wegschnappen. Das ist so eine Art Blocksituation. Dort passiert es aber viel, dass eben halt ein Ball in die Leine geht, an die Decke geht oder dann kann man nicht entscheiden, wer war als letztes an dem Ball dran, wem will man den Minuspunkt geben, wer hat den Pluspunkt dafür. Und das eben halt unterm Strich rauszukriegen, man dann im Endeffekt, ich habe es nicht gesehen, den Schneid muss man eben halt haben und sagt dann im Endeffekt, die letzte Angabe wird wiederholt, weil man es nicht wirklich sehen konnte, wer war als letztes am Ball. Das ist die sauberste Entscheidung. Und sowas eben halt auch den Kleineren schon beizubringen, ist, sag ich mal, verdammt schwer, weil die auch noch nicht so das Auge dafür haben, die dieses Mitverfolgen. So wie du jetzt hier unten auch siehst beim Ingmar, der läuft ja auch hier hin und her, so wie ich das ja auch gemacht habe. Die Kinder, wenn ich auch da in die Richtung gucke, die bleiben dann lieber mal so am Pfosten stehen. Im Gegenteil, sie halten sich auch noch fest und lassen sich auch viel ablenken. Und das muss man versuchen, den Kindern beizubringen, dass das nicht funktioniert, weil sie dann nicht den Spielverlauf, den Spielfluss nicht sehen können. Da möchte ich kurz einhaken, weil wir haben jetzt Matchball auf der Seite für Schneewerdingen und jetzt sind die Nörkel mit der Möglichkeit, hier das Spiel zu beenden. Das tut sie leider nicht. Das war eine relativ harmlose Angabe, wie wir immer sagen, ohne Effekt. Und man kriegt den Ball um die Ohren gehauen und wird der Satzball natürlich entsprechend abgewehrt. Das ist natürlich das Problem, wenn man einen Angriff nur rüberwirft. Auf deutsch gesagt und nicht ernstständig damit platziert, das Ding dorthin setzt, wo man einen Punkt mitmachen kann. Kriegt man das Ding eben halt wieder um die Ohren und kriegt den Gegenpunkt halt. Ja, das war jetzt das kurze Angabe und jetzt erneut die Möglichkeit für Berlin. Schubert? Abgewehrt. Wird relativ sehr gut zugespielt und getroffen. Jawohl. Und die Berliner sind sich einig und kriegen den Ball trotzdem noch wieder unter Griff. In Ruhe. Und neuer Angriff von Berlin. Ja, das ist immer bei vielen. Und der Ball war im Aus gewesen. Einer sagt drin, der andere sagt aus. Auweia. Jetzt ist die Entscheidung, wer macht. Und der Schiedsrichter entscheidet Punkt für Schneverding. Den Punkt wurde für Schneverding gegeben, weil sich die beiden Linienrichter nicht wirklich hundertprozentig dort Einigkeit gezeigt haben. Und der Schiedsrichter ist, was ich vorhin gerade sagte, eine sogenannte Tatsachenentscheidung. Wenn man das Quäntchen, so wie ich schon vorhin sagte, Glück hat, ich dürfte jetzt eigentlich dazu gar nichts kommentieren, weil ein aktiver Schiedsrichter dort unten in dem Moment nicht in seine Entscheidung eingegriffen werden darf. Und meine Entscheidung wäre gewesen, einer hat ausgezeigt, einer hat drin gezeigt, ich hätte mir jetzt beide Linienrichter zu mir geholt und dementsprechend befragt, alleine unter den Linienrichtern und mir, ich hätte alle anderen weggeschickt, dementsprechend dann mir die beiden Spielführer halt herangeholt und hätte entsprechend entschieden, was wird gemacht. Die sauberste Entscheidung wäre jetzt gewesen, einen sogenannten Nullball zu geben und die letzte Angabe zu wiederholen. Das wäre die saubere Gelegenheit gewesen. Wäre, glaube ich, auch in dieser Situation beruhigender gewesen. Gut, Ingmar hat sich jetzt hier durchgesetzt, es ist auch in Ordnung so und man muss die Entscheidung im Endeffekt für den Schiedsrichter akzeptieren und auch respektieren. Und der Schiedsrichter sieht diese Situation auch nur ein einziges Mal. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, sowas in Sekundenentscheidung, so jetzt gucke ich mir den Ball nochmal an und entscheide es dann. Sowas gibt es bei anderen Sportarten auch nicht. Da wird auch keine Kameraentscheidung gemacht. Das entscheidet der Schiedsrichter und gut ist. Gut, dafür ist er letztendlich auch da. Dafür gibt es einen Schiedsrichter, der den Kopf hinhält. Oh, den kriegt sie nicht mehr. Schade. Und damit geht der Sieg hier mit 3 zu 2 an TV-Schnarren, ja an Schnewerdingen. Ich bedanke mich bei Alexandra Schlicht und dem Schiedsrichter, der hat für die netten Kommentaren das ganze Spiel über und jetzt auch für die nette Erklärung perfekt dazugekommen. Wir haben die Situation auch gleichgestellt für Sie zum Erklären. Das hat vorrangig geklappt. Vielen Dank dafür und wir schauen uns gleich noch das dritte Spiel an zwischen dem ESV Schwerin und dem TV-Jahn Schnewerdingen. Vielen Dank. Vielen Dank.